Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3186 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Alles ist besser, wenn wir unser Wissen und unsere Kräfte bündeln. Alles ist besser, wenn wir unser Wissen und unsere Kräfte bündeln. Ein letztes Spiel. Und dann ist es Zeit für dich, ins Bett zu gehen. Ein letztes Spiel. Und dann ist es Zeit für dich, ins Bett zu gehen. Ein letztes Spiel. Und dann ist es Zeit für dich, ins Bett zu gehen. Willst du sehen, wo ich meine erste Impfung bekommen habe? Unter dem blauen Pflaster. Willst du sehen, wo ich meine erste Impfung bekommen habe? Unter dem blauen Pflaster. Der Ring ist heute um 30% im Preis reduziert worden. Ich muss ihn sofort kaufen. Der Ring ist heute um 30% im Preis reduziert worden. Ich muss ihn sofort kaufen. Wollen wir uns am Nachmittag treffen und gemeinsam recherchieren? Ich trage die Farbe vorsichtig auf das noch leicht feuchte Haar auf. Mein Flug hat Verspätung, sodass ich noch etwas Zeit habe, um meine E-Mails auf dem Laptop zu checken. Mein Flug hat Verspätung, sodass ich noch etwas Zeit habe, um meine E-Mails auf dem Laptop zu checken. Mein Flug hat Verspätung, sodass ich noch etwas Zeit habe, um meine E-Mails auf dem Laptop zu checken. Ich kann mir gut vorstellen, die neue Tätigkeit zu übernehmen, denn ich habe mich gut darauf vorbereitet. Ich kann mir gut vorstellen, die neue Tätigkeit zu übernehmen, denn ich habe mich gut darauf vorbereitet. Wir sind gerne zusammen in der Natur und genießen die Freiheit. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mein Großvater hat ein Schiff gebaut und es mir zu Weihnachten geschenkt. Mein Großvater hat ein Schiff gebaut und es mir zu Weihnachten geschenkt. Dank des täglichen Trainings habe ich mehr Muskeln aufgebaut. Dank des täglichen Trainings habe ich mehr Muskeln aufgebaut. Die beiden Tiere vertragen sich großartig. Morgens war der Kofferraum noch leer und wir dachten, dass alles hineinpasst. Am Wochenende darf ich immer bei Mama und Papa im Bett schlafen. Das ist sehr gemütlich. Was bedeutet die Farbe an deiner Hand? Kannst du mir das erklären? Wir drei kennen uns seit der Schulzeit und arbeiten jetzt im selben Beruf zusammen. Ich fülle einen Blumentopf mit verschiedenen Pflanzen. Ich fülle einen Blumentopf mit verschiedenen Pflanzen. Ben sah an diesem Abend gut aus. Er trug ein weißes Hemd mit Fliege. Ben sah an diesem Abend gut aus. Ben sah an diesem Abend gut aus. Er trug ein weißes Hemd mit Fliege. Die Orangen sind reif. Die Orangen sind reif. Ich kann sie vom Baum pflücken. Durch Meditation erfahre ich innere Ruhe und Zufriedenheit. Durch Meditation erfahre ich innere Ruhe und Zufriedenheit. Tomaten müssten vor der Verarbeitung gründlich gewaschen werden. Tomaten müssen vor der Verarbeitung gründlich gewaschen werden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dema hessen. Be будем mit Kor transcriptionen in der Verarbeitung gewaschen.